Herzlich willkommen! Nun zeige ich euch die Eigenschaften der Hyperbel. Kurz noch einmal zur Wiederholung. Die Variable c ist eine reelle Zahl, die jeden Wert außer 0 annehmen darf. Ist das c größer als 0, so befindet sich die Hyperbel im ersten und dritten Quadranten. Ist c kleiner als 0, so befindet sich die Hyperbel im zweiten bzw. im vierten Quadranten. Schauen wir uns jetzt die Eigenschaften genauer an. Wir blicken nun genauer auf die Stelle x ist gleich 0. Ich habe jetzt extra die x-Achse in sehr kleinen Schritten skaliert und die y-Achse in sehr großen Schritten skaliert. Und der Funktionswert für das Argument x ist gleich 0 ist nämlich nicht definiert. Deswegen werdet ihr niemals an der Stelle x ist gleich 0 einen Funktionswert finden. Doch warum ist an der Stelle x ist gleich 0 der Funktionswert nicht definiert? Berechnen wir jetzt f von 0, also ist gleich c durch 0. Und hier sehen wir schon, wenn wir für x ist gleich 0 einsetzen, erhalten wir eine Division durch 0. Und das ist ja nicht definiert und darf nicht sein. Somit muss der Wert x ist gleich 0 aus der Definitionsmenge ausgenommen werden. Es gilt, die Definitionsmenge besteht aus allen rellen Zahlen außer 0. Und an der Stelle x ist gleich 0 besitzt der Graph eine sogenannte Polstelle. Das heißt, die Funktionswerte gehen bei der Annäherung an die Definitionslücke gegen plus unendlich oder minus unendlich. Aber die y-Achse wird niemals berührt. Betrachten wir noch folgendes Beispiel. Wir haben jetzt die Hyperbel f von x ist 1 durch x². Wir berechnen nun den Funktionswert an der Stelle 0,01. Und im Graph sehen wir bereits sehr schön, der muss ja 100 sein. 1 durch 0,01 ist ja genau 100. Machen wir den x-Wert jetzt noch kleiner, also 1 durch 0,0001, erhalten wir 10.000. Und wir sehen jetzt sehr schön, je näher man sich jetzt dem x ist gleich 0, entweder von links oder von rechts annähert, umso größer bzw. bei negativen Stellen umso kleiner wird der Funktionswert. Man nähert sich wie gesagt plus unendlich und minus unendlich an, aber niemals wird die y-Achse berührt, da es ja keinen Funktionswert an der Stelle x ist gleich 0 gibt. Ist jetzt das c negativ, also zum Beispiel f von x ist minus 10 durch x mit c ist gleich minus 10, so haben wir jetzt das gleiche vorgehen. Denn f von 0,01 ist ja minus 10 durch 0,01. Wenn man das ausrechnet, erhalten wir minus 1000. Bei 0,01 sehen wir hier wieder sehr schön grafisch, haben wir den Funktionswert von minus 1000. Berechnen wir den Funktionswert an der Stelle 0,0001, erhalten wir ja minus 10 durch 0,0001. Wenn man das ausrechnet, erhalten wir minus 100.000. Und jetzt wieder das gleiche Prozedere. Je näher man sich der Stelle x ist gleich 0, entweder aus dem negativen oder aus dem positiven Bereich annähert, umso größer bzw. kleiner wird der Funktionswert. Man nähert sich wieder plus unendlich oder minus unendlich an. Betrachten wir nun weitere Eigenschaften zum Graphen. Wie schon gesagt, heißt der Graph Hyperbel. Gehen nun die x-Werte gegen plus unendlich oder minus unendlich, so gehen die Funktionswerte gegen 0. Das heißt, gehen die x-Werte gegen plus unendlich oder minus unendlich, so sieht man hier schon sehr, sehr schön, dass sich die Funktion dem Nuller annähert. Auch aufpassen, die y-Achse ist bereits schon sehr klein skaliert. Das heißt, hier nähern wir uns wirklich schon sehr, sehr knapp dem Nuller an. Bemerkung, je größer die Zahl ist, durch die dividiert wird, umso kleiner wird das Ergebnis. Das heißt, zum Beispiel f von 1000 ist ja ein Tausendstel und somit 0,001. Aber der Wert wird niemals 0. Wie wir jetzt gesehen haben, nähert sich der Graph somit der x-Achse und der y-Achse beliebig nahe an, ohne aber die Achsen je zu erreichen. Und somit sind die x- und y-Achsen Asymptoten der Funktion f. Kommen wir zum Parameter c. Der Parameter c kann grafisch und rechnerisch bei der Stelle x ist gleich 1 bestimmt werden, da f von 1 gleich c durch 1 gleich c ist. Zur Wiederholung, f von 1 ist immer gleich c. Und somit liegt der Punkt 1c immer auf dem Graphen von f. Grafisch kann man das sehr schön ablesen. Dieser Abstand an der Stelle x ist gleich 1 entspricht immer dem Parameter c. Also hier ist c gleich 2 und man kann dann die Funktionsgleichung f von x gleich 2 durch x aufstellen. Bei einem negativen c misst man dann den Abstand nach unten. Hier hat man 10 Einheiten nach unten. Somit ist c gleich minus 10 und die Funktion gleich minus 10 durch x. Wird das Vorzeichen von c gewechselt, wird der Graph an der x-Achse gespiegelt. Symmetrie. Der Graph ist punktsymmetrisch bezüglich des Ursprungs, denn es gilt f von minus x ist minus f von x. Bilden wir f von minus x, dann setzen wir ja für x gleich minus x ein. Das ist dann c durch minus x. Dieses Minus ziehen wir jetzt vor den Bruch und wir erhalten minus c durch x. c durch x ist ja gleich f von x und somit können wir sagen, dass das dann minus f von x ist. Und wir haben gezeigt, dass f von minus x gleich f von x ist und die Hyperbel ist punktsymmetrisch zum Ursprung. Im Video 2 plus von 6 zeige ich euch Beispiele zur Hyperbel. Im Video 3 von 6 zeige ich euch die Funktionen vom Typ f von x gleich 1 durch x².